Was ist das Besondere an Malsehen? Die Atmosphäre, das Kaffee, der Fokus auf Filmkunst, der Begegnungsort. Das Publikum ist auch besonders. Oh, das Publikum. Natürlich. Und das Publikum? Kein Kino. Das Kernteam des Kinos besteht aus vier Personen. Das sind Gunter Deller, ich, Ariane Hofmann, Beatrix Löw und Martin Löw. Gunter und ich machen den Kinobereich. Die Beatrix Löw macht hier die Gastronomie und Martin Löw macht die Pressearbeit. Es gab also 1984 eine Gruppe von Filmbegeisterten um Hans Bornemann und Beatrix Löw. Die suchten einen Ort, um Filme von regionalen Filmemacherinnen zu zeigen. Und sind dann hier fündig geworden. Und es wurde immer interessanter, auch für Filmemacherinnen, die dann zu Gast waren. Die dann damals ja tourten, oft mit ihren Filmbüchsen unterm Arm. Aber damit konnte man eben nicht überleben. Deswegen hat sich das Programm immer mehr erweitert. Es wurde immer mehr zu einer Art Programmkino. Was uns wirklich auszeichnet, ist, dass wir aber als Kino wirklich uns noch Risiken erlauben. Also das macht ja kaum jemand, dass wir auch mal Filme zeigen. Da würde sich jedes andere Kino die Finger verbrennen und sagen, um Gottes Willen, das ist ja überhaupt nicht marktgängig. Aber wenn wir irgendwie von der Sache überzeugt sind, dann zeigen wir die, weil wir sie für wichtig finden. Und das ist, glaube ich, bei anderen Kinobetreibern nicht ganz so ausgeprägt, unseren Vorlieben nachzugeben. Über das Kino hinaus gibt es natürlich diesen Ausstellungsraum, der eben Videokunst präsentiert. Ja, hier ist er. Unser Videokunst-Ausstellungsraum im ersten Stock. Der Schautraum. Es ist wie so ein kleiner Kinosaal, der sozusagen zur Verfügung steht. Da laufen dann loopmäßig Videoarbeiten. Nimmt einfach ein Getränk mit nach oben, kann sich dann gemütlich aufs Sofa setzen und sich irgendwas angucken. Ja, hallo. Hier ist Ariano Marzen, Kino Frankfurt. Hallo. Ich hatte... Es geht mir um den Film mit Marcel, also der Marcel-Masso-Film, die Kunst der Stille genau. Genau. Was mir wichtig ist, ist ein guter Kontakt zu den Verleihern. Es ist ja in beider Interessen, dass der Film gut läuft und wir als Kino müssen gute Partner für die Verleiher sein. Dann ist das allererste, dass auf keinen Fall irgendwie eine Vorstellung ausfällt und dass man möglichst Werbung macht. Also dann muss man gucken, dass der Trailer rechtzeitig läuft, dass die Plakate hängen, dass in den Anzeigen der Filme auch ordentlich platziert ist und dass die Filme bei uns gut laufen. Ah, jo. Leuenmacher, grüße dich. Genau. Hey, herzlich willkommen in der Hallsee. Schön, war wieder ein neuer Film. Krämer, ne? Genau. Jetzt müssen wir gucken, wie machen wir das. Ich mach ne kurze Begrüßung am Anfang, ne? Ja, lassen wir mal das Kino sehen. Und dann gucken wir mal rein. Ah ja, okay. Gucken wir mal rein. So. Hier ist unser kleines, feines Kino. Sieht ja sehr cozy aus. Mit 80 Plätzen. Was natürlich ganz wesentlich ist, sind die Begegnungen mit den Filmemachern selbst, die wir natürlich gern einladen. Dazu eignet sich der Kinosaal auch sehr gut. Das Kinosaal hat sowas Intimes. Er ist nicht übermäßig groß. Die Bühne ist jetzt nicht so entfernt vom Publikum, sodass man wirklich eine Nähe herstellen kann. Es entstehen hier immer ganz tolle Publikumsgespräche, sodass ich einfach nur zwei, drei Fragen stellen muss und dann ist das Publikum so eifrig dabei der Sache, dass man gar kein Ende mehr findet. Ja, meine Frage ist natürlich, es gibt erstmal Fragen aus dem Publikum. Ich hätte natürlich ganz viele Fragen. Filme kann man überall gucken momentan. Aber nur in einem Kinoraum wird eben ein Film wirklich als das wahrgenommen, was er wirklich ist. Also er bekommt eine Wichtigkeit, er bekommt eine Wertigkeit. Und das ist uns eben wichtig und das gehört mit dazu. Es ist ein Rundum-Konzept. Das Malsehen ist mehr als nur ein Kino, weil es ist so ein Gesamtkunstwerk. Das Kino ist natürlich das Zentrum, das Herzstück von allem. Aber so ein Kinobesuch besteht ja nicht nur aus Kinogen. Das Café ist natürlich eine Begegnungsstätte, die vor und nach dem Kino wesentlich dazugehört. Also das ist ja ein soziales Ereignis und das wird halt hier zelebriert. Das Malsehen-Kino hat uns begleitet über viele Jahre. Das ist der Ort, wo ich mich wohlfühle. Der Ort, wo ich schöne Filme sehe, wo ich die Menschen kenne, wo ich gerne zum Kaffeetrinken herkomme. Es ist das Kino, was mir am nächsten ist in dieser Stadt. Ich komme eigentlich gar nicht aus Frankfurt, sondern komme aus Darmstadt und komme sehr gerne, sehr oft hierher. Ganz speziell, einfach um nicht nur große Kinoräume zu erleben, sondern diesen Austausch zu haben. Und was ich interessant finde, ist, dass man hier andere Dinge sieht als im Mainstream. Es ist, es repräsentiert hier so ein anderes Denken, was eben auch da ist. Was eben in den Filmen ja dann also wirklich gut zum Vorschein kommt. Also ich finde auch dieses Zitat von Wim Wender so schön, der gesagt hat, wenn man das Kino jetzt abschaffen würde, wäre es nach zwei Tagen wieder erfunden. Wir haben schon alle Höhen und Tiefen in den letzten Jahren so durchlebt, dass ich nicht an das Ende des Kinos glaube. Ich glaube, dass das wird immer bestehen bleiben. Man will dieses Gemeinschaftsgefühl haben. Das ist ein kulturelles Bedürfnis. Wir haben oft junge Leute hier. Ich glaube, dass die das hier entdecken als neuen Ort neben ihren Sachen. Also es wird immer wieder neu entdeckt, das Kino. Wir haben natürlich unser, das ältere Publikum, das das eben so liebt und das hier kennt und gezielt ansteuert. Aber eben auch die jungen Leute wollen ja auch was Neues entdecken. Und das finden sie ja auch. Also da kommt immer wieder eine Generation nach. Musik Musik Untertitelung des ZDF, 2020